Ja, hallo Helmut. Ach, Helmut, wie geht es denn? Gut, stell dir mal vor, wo wir heute schon stehen. Na? Und den Tannenbaum. Jawohl. Ihr liebe Leute. Wenn ich dann überhaupt den Umzug habe. Der Umzug ist am 12.11. auf dem Freihandsplatz. Am Freihandsplatz, wie immer, wie gewohnt. Wie immer, und das wird auch schön da. Unsere Kunden kommen auch gern da hin. Und da freuen wir uns. Und hier ist mal was für die Geselligkeit. Die Freihandsplatz. Die Freihandsplatz muss ja auch hochleben. Jawohl. So, Phubi. Also am 12.11. Umzug. Ihr liebe Leute, kommt auf den Freihandsplatz. Wir sind da. Helmut, du machst dich jetzt bei der Kartoffel. Und Dough, bei deinem Handkäse. Ja, heute. Handkäse mit Pussig ist heute der Schlager. Macht traurige Munde und dicke Leutmage. Tschüss. Tschüss. So. So. ollar. Vielen Dank.